Wir sind im wunderschönen Flensburg, Kiel, aber wir sind doch heute in Flensburg. Das darf man nicht verwechseln, vor allem beim Handball nicht. Und hier ist unser altbekannter Kinderbereich. Hier wird schon überall fleißig gearbeitet und da drüben wird gefaulenzt. Hier wäre übrigens auch mein Abi-Ball gewesen, wenn du Abi gemacht hättest. Jungs, das ist übrigens kein Quatsch jetzt. Ab und zu gehen hier seltsame Dinge in Flensburg vor sich. Haltet bitte einfach die Augen offen und passt auf euch auf, okay? Hast du das gesehen? Hast du was gesehen? Da ist irgendwas Grünes. Was ist denn das? Das ist hinter der Ecke. Pauli, komm mal mit. Da! Da! Nee, warte, ich habe einen Schuh. Ich werfe meinen Schuh. Nichts passiert, ich habe nur meinen Schuh verloren. Es kommt! Es kommt! Nein! 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 Achso, filmst du? Nein! Doch! Was denn jetzt? Was machst du da? Guckst du dir was an oder filmst du mich? Egal! Du kannst jetzt einen Freund sein. Okay, du filmst mich. Hier oder was? Ich habe die... Ich habe die... Ich habe die... Ich habe die...